Weil, das ist Gottes Watt, das Watt musst du ja von selben. Du musst mit Gottes Watt, mit Gottes Watt musst du schwätzen von selben. Wenn die Kinder angewachsen sind, und Leute wissen nicht, was es ist, wir haben, das muss ich ein bisschen erzählen, wir haben ein Kind in der Nachbarschaft gehabt, nun ist die Frau rübergekommen, die Grämmen, ja, die Grämmen, nun hat sie gesagt, weil meine hat sie gesagt, wenn das Kind noch einmal die Watt sehen wird, komm zu uns, du kannst sie noch sehen, du weißt, über die Strasse. Und wie ich die Stecken aufgegangen bin, für das Kind sehen, ob sie sterben dort, habe ich gesagt, oi, du Gott, habe ich gesagt, das Kind ist angewachsen, weil was tut man dann, hat die Frau gesagt, auch habe ich gesagt, du musst aber Grämmen brauchen, weil wer kann dann brauchen? Nun habe ich gesagt, auch gerade durch die Strasse ist eine Frau, die kann brauchen für das Kind. Habe ich gesagt, die hat nicht eine Mohnung, sonst nichts, habe ich gesagt, die sind auch gewachsen. Die hat so hart geschnappt, du hast gemeint, das Kind wird verstecken. Nun bin ich nun und habe seine Frau rübergeholt, und ich bin mit ihr rüber, und die Frau hat gebracht für das Kind, das war vor Mittag. Nun hat sie gesagt, nein, hat sie gesagt, denn oben komme ich wieder. Nun bin ich wieder rübergegangen, und dann hat sie wieder gebracht für das Kind, weil oben hat sie schon rübergeguckt und hat schon besser gefehlt. Das Kind. Und sie ist das dritte Mal gekommen, die nächste Marion hat gebraucht, und in zwei Tagen war das Kind aus dem Bett und war rauf und ist wieder rumgesprungen. Das ist meine Erfahrung von der Bracherei. Und für angewachsen, weil, wenn die Kinder anwachsen, nun kannst du brauchen davor, wenn du weißt, was zu tun. Aber du musst vorne am Holz starten und musst über die Brust runtergehen. Nun musst du sauer gehen aus deinen Rippen, als wie Herr Jesus Christus gegangen ist, aus seiner Krippe. Im Namen des Vaters Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Soll musst du dreimal sauer fahren über die Brust runter und über die Rippen runtergehen. Mit den zwei Händen. Nun tust du das Ding auf der Buckel. Aber du musst brauchen und nun musst du dreimal tun. Sobald sechs, acht Stunden aßen, soll hälfte Kinder an. Von wehe sie können nicht mehr schnafen. Sie gehen, ich weiß nicht, was es tut, aber sie gehen zusammen auf die Brust und sie können nicht mehr schnafen, wenn sie anwachsen. Sie ist von vorne. Und also mal, wenn sie zu viel jumpen, wenn sie mal ein bisschen größer sind, kriegen sie selber auch noch. Ich liebe Mama und die Brust, die Brust vieillte 63 Jahre nicht. Ich liebe sie in St. Mary's. Das war die Rumsprung und hat Kayaat, das war die Gettysburg, das war die Franklin County, das war die Groß-Englisch-Tau von Schlöße. Gibtающий Mark Dried Ocht Marc, die war die Gettysburg, die Wachstum sind. Das ist nicht fattig. 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 Ich dachte sie soll alles verstehen. das ist, ein Tag ist sie alles verstanden, und sure enough, wo sie war, war ich so meine Mutter, wie war das? Und sie hat gesagt, was verstanden, ich sag, was ist los? Und die Zeit war, sie haben einen Grummel im Halskarr, accent, und ich sag, das verstehe ich, verstehe ich. So, was sie, really, die main reason sie rüberkommen ist, sie hat zwei, in ihrem Mann, und in einem Buch, war in Deutschland, die war auch aus dem Hitlers Alarm, und ich hatte sie einen anderen Buch in Amerika gehört, und sie hat gesagt, sie hat gewusst, dass das letzte war, dass sie gerne einmal schießt, so hat sie gesagt, sie hat aufgebetet, dass sie das nicht hat, und sie hat hoffet, sie hat gehofft, dass sie nach Amerika kommt, wenn jemand in ihrem Boot ist, oder Paul, und, äh, kann trick gehen, dann gab es die Frlde, und sie hat das, das hat so geholfen, anyway, die haben wir gesagt, dass, wenn sie ein Grjuger war, dann hat sie, äh, der Bung, der, sie war nicht, äh, sie hat dich nicht mehr daran gebeten, denn, weil sie das, sie was Christier, das nicht Marischießer, und deshalb haben sie zu wissen, und sie hat eine, Und das war die Käse. Und das war die Käse. Sie hat vielen, vielen Dank für das Gefühl. Sie hat eine Season-Ticket gemacht. Sie hat einen Tag lang geholfen, Sie hat einen Schwester in Philadelphia und im Bett war es, und sie hat viel, sie hat viel Spaß gemacht, weil sie guter Lange mit meiner Mutter und die andere Mutter haben noch viel Gewicht und sie war im Zusammenhang. Sie haben einen Klassen-Comversations gemacht. Ich meine von der Zweckrieg, von wo ich noch junges war, wo ich noch die Englisch war, wo ich noch die Englisch war, wo ich noch die Zeit in Gleise war. Und sie haben in Späts davon, und sie haben noch so ein Minder davon. So, ich weiß, dass wir alle waren, haben wir einen Interesse, und natürlich einen Interesse haben wir in History, oder in...